Die Mannschaft wird ja einfach auf der Board und Training gezeigt, aber leider haben wir es nicht überleicht. Wir wünschen euch, wie gesagt, dass wir die 1-1 starten, die jetzt gerade aus der Raumspiel gespielen können. Das haben wir leider nicht geschafft und deswegen sind wir da eben auch, wenn wir spielen können. Aber ich glaube weiter an die Mannschaft, ich denke, wir haben uns für das Jahr, wir müssen noch ein bisschen mehr mit der Hand da arbeiten, dass wir viel mehr kämpfen, dann werden wir auch das nächste Spiel gewinnen und dann auch wir uns da zurückbringen. Ich glaube, wir haben es ja auch. Hallo, ganz kurz, 25-23, war das den Klangpunkt? Da wart ihr eben ganz dicht an und dann wäre es so gekommen, wie du gesagt hast, anstatt zwei Wochen schon den Sportpunkt 1-1. Denn schon in der Sportpunkt einfach den Sportpunkt von der Salle und von 2004er Zuschauern beim Euro-Mokal gewonnen, 3-0-Kartischer Mausen. Hast du da mit gerechnet, dass vielleicht im Rettung der auch die Kräfte da nicht mehr sind? Nein, genau. Das haben wir keine Rolle gespielt. Ich glaube schon, dass alle schon vor 14er-Saison kommen können. Ja, natürlich, wenn man den zweiten Satz entscheidet, aber auch den dritten Satz kommen wir auf zwei Punkte dran und spielen eigentlich bis dahin ganz gut, aber dann einen Aufschlagfeder und zwei rechte Fehler hinterher, wenn wir kommen, wenn wir das nicht machen, dann hätten wir eine Chance gehabt, aber das ist alles ja ein Ei und Ei. Aber das zählen wollen wir nicht. Wir haben ja leider schon mal verloren, wir haben es nicht krank, aber wir konnten keinen Druck entwickeln über das ganze Spiel, deswegen geht das leider so vor Ort. Das heißt, wir werden jetzt hart trainieren, aber das nächste Spiel im 20. September gegen Aachen, wir machen dann ein bisschen raus, aber wir sehen dann das nächste Spiel gegen Münster. Bis dahin werden wir sehr, sehr hart spielen, dass wir in dieser Form finden. Wie gesagt, ich glaube an die Mannschaft, wir haben ein gutes Bundeskampf, und wir können sehr viel rollen bei den Spanien spüren, aber das haben wir auch nicht gespielt. Also wir wollen noch wissen, wann sind die Weihnachtsfeierer für Mocketsch für ein paar Zeit und Konditionen? Am ersten Tag, glaube ich, das ist früh in diesem Jahr, also am 21. Dezember an den Feiern da haben wir es. Mit Stufen, das hoch und mit Freitag, die sind nie gefragt. Sehr schöne deutsche Spiel, also sehr, 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 sehr gut. So, zum letzten Spielern, nimmst du eine halbe Portion? So, ich... Das Spiel ist immer noch schnell, sie hat uns gesagt, ich fängs mich davon erstmal weiter an Edwin Bälle, und Edwin, ich hoffe, und die letzten Sieg-Tage waren dann doch erfolgreich, auch mit dem Europapokal in einer ganz angekrankten Tonepublikum, jetzt wieder mit unseren altwägigen Olima, gerade hier zulegen, haben wir Pläktionen, auch die Taten zugezielen, was sagt der Trainer, und wir haben einen Applaus. Haben wir da auch noch einen Applaus? Also, das erste Mal im Moment, und das ist für mich in Karriolen, weil man sieht, dass die Mannschaft ganz von uns ist. Ich habe das sehr, dass ich heute für mich gefreint habe, und persönlich hier auf den Schaumsen-Pasen bin. Von uns in der Mannschaft hat da ein bisschen zu viel überlegt werden, das ging immer zusammen. Wenn das nicht wäre, wenn das rausgekommt, und das war auch wohl wieder die Mannschaft, die in der ersten drei Jahren ist. Darum haben wir auch gewusst, dass wir uns richtig vorbereiten müssen. Das haben wir auch gemacht, und am Anfang haben wir so gespielt, wie man uns das vorstellt. Ja, das sind ja gute Zeiten für die Woche. Wir fahren nächste Woche nach Schauhausen, und die Herkunftschlüsse fahren wir weiter nach Stuttgart, und das wäre natürlich in Stuttgart, wenn wir in der Landtag haben da gespielt. Ja, wir haben da ein paar Wochen vor zwei Wochen, an der Meisterschaft, beziehungsweise zwei Wochen, Das stand ja, bekam nicht nichts für das nächste Spiel, für mich wieder da durch. Und, äh, Jan Lindenmeier hat auch gemeint, dass wir in der Schamke aufhören, also, dann sind wir auch ein wenig gemacht, und wir waren mit dem Zeug nicht zum Verspieler. Also, ehrlich gesagt, was ich gesagt habe, die nächste Woche gerade das Spiel ja schon, ja, genau, da wollen wir ja mit dem Fahrzeug nicht mehr. Also, Schauhausen, da ist Stuttgart total, mit, also gerade, mit dem Zeug, mit dem Zeug, mit dem Sponsor, genau, da können Sie sich machen, wenn man anregen. Wie geht's denn, äh, bevor wir den ersten Spielern bei der Teams, äh, erklären, ich hoffe, ihr seid euch ein, ich hab da nichts gehört bis jetzt. Wie geht's bei Hamburg weiter, und das Saisonziel, äh, hast du gesagt, habt ihr dann bei, zwei, im Kuhflatschen drin, das ist ja für uns ein Platz gesprungen, ich hoffe, ihr habt dann noch ein paar Plätze frei, und, äh, tja, da muss man schauen, woher sagt ihr, das, stecken wir weg die Woche, und dann geht's weiter. Ja, ich hab schon gesagt, wir haben uns, äh, im 20. Mitzender spielen mit dem Haßen, äh, äh, das werden wir, sehen, die sich vorbereiten, bis wir bis zu Hause beginnen, denke ich mal, auf jeden Fall bis zu Hause, wenn wir noch stärker sind, als auswärts, das war bisher ebenfalls so, und, äh, da, bloß ein Viertensieg wäre, es ist ganz klar, da, wir haben auch alles zu tun, wenn ein Rad trainieren ist, da einfach, da, 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 es ist großes Spielfreude, wir haben uns nicht이 ja nachher noch mal, bis jetzt ist das Dörferin, war es das Dörferin, wir haben ja freie Mar betenlier, und dann am 10. Januar, gegen Münster, am 13. Stuttgart, und dann am 17. Zuhause gegen Hamburg, also eine englische Woche, äh, volles Programm, und bis dahin, werden wir, dann hoffentlich erst die Uhr gewenkt. Ja, das Saisonsziel war Platz 1 bis 3. Ich denke, dass wir jetzt anfangen müssen, vom Spiel zu Spiel zu denken und zu gucken, dass wir ja das Spiel gewinnen. Also, die nächsten vier, wenn man angeht, wenn man so weiterkommt, wenn man so weiterkommt. Also, danke, Herr Helmut. Herr Helmut wird dann weitermachen. Er hat jetzt die letzte Spielerinnen bei der Schottel-Dressing. Ja, es gibt ein paar Spielerinnen, die heute gespielt haben. Ja, auf Platz 3 fühl ich... Auf Platz 3 sind geglockt seit Karl Langeans. Auf Platz 2 ist auch schwer zu glocken und sehr effektiven Angriff. Auch in vielen Spielen zuvor schon war er parat. Ein sehr großes Problem hat heute mit Ihren Hausdregen und Ihren verdammten zweiten Gang. Ja. Wir haben noch mal eine Schüsse, die hat die Serie für heute. Und jetzt haben wir noch mal eine Schüsse, die hat die Serie für heute. Und jetzt haben wir noch mal eine Schüsse. Und jetzt haben wir noch mal eine Schüsse. Und jetzt haben wir noch 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 eine Schüsse. Und jetzt ist da. Die Buchung an muss. Und jetzt was, das ist es, Hamburg kann man nicht. Doch. Ne? Habt Ihr was gehört? Okay, aber der Blutenspraus, der kommt auf jeden Fall an, der gegen Quirin und der wird natürlich noch zufrieden und getränkt die Nachbarn, für den ist danke, du kannst jetzt rausgeben, drei Bier, zwei Apfelsaft oder ganz kurz, ihr seid ja auch kurz vor Weihnachten, ihr seid zufrieden mit der Saison, vielleicht sagst du mal mal mit zwei Bordern, das ist auch ein Spielzuspiel, das jetzt jetzt gelaufen ist. Kann noch der Ecolos kommen? Also, es kann der Ecolos kommen, denn ich sag dir, danke schön und ganz kurz auf meiner Seite, schön, dass Sie hier waren und Sie hier auch in der größten kleinen Rollenballer mit anderen Mannschaften, der schon uns verhandelt, den Schiffkarton NLV und freuen sich auf die neue drei Felder, wo eine Rollenballarena hier liegt. Vielleicht hat man ernst, in Schirin, dann eine neue Ära zu beginnen, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz was, bevor wir dann in zwei Fahrzeuge kommen. So eine neue Frage. So eine gute Frage, also ich sag mir mal, in einer Arena habe ich ein paar Mal gesetzt, so mit dem Anbau, die wir weiter, und durch den Topf und mit so vielen Zuschauern kommen können, haben wir jetzt letzten Dienstag gesehen, dass auch viele Interesse haben, was wir machen, wir freuen uns natürlich und hoffen, wir arbeiten eigentlich auch nicht. Ich sag mir mal, wir freuen uns, pass auf, hier, da, in 20 Meter weiter und wir haben auch so einen Dank für die Folge zum Mal, wenn ihr gut gesehen habt. Dankeschön, dass ihr hier warst. Danke schön und tschüss.